Ich werde häufig immer von Kunden und Interessenten gefragt, Hans, sollte man Offline-Marketing machen? Lohnt sich Offline-Marketing als Immobilienmakler, Unternehmer? Und das Geheimnis möchte ich heute lüften. Das heißt, macht Offline-Marketing Sinn? Macht es Sinn, Offline präsent zu sein, Flyer zu machen, Postkarten zu verschicken? Also all diese Offline-Marketing-Ansätze, die du vielleicht auch schon kennst. Ob das dich noch lohnt? Darum geht es eben heute. Und wichtig ist erstmal zu sagen, was ist denn eigentlich das Thema Marketing? Warum macht man als Immobilienmakler, Unternehmer Marketing? Jetzt sagst du vielleicht, ja, relativ einfach, mehr Neukunden, mehr Umsatz, deswegen machen wir Marketing. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Eigentlich ist Marketing nichts anderes als eine stark vertrauensbildende Maßnahme. Vertrauen ist das Wichtigste, was du im Immobilienbusiness brauchst. Denn damit jemand mit dir den Verkauf oder den Kauf macht, braucht er Vertrauen zu dir. Es ist natürlich ein super sensibles Thema. Es geht um sehr viel Geld und das macht man nicht einfach so. Das ist nicht am Supermarkt mal einen Schokoriegel kaufen. Nein, das ist wirklich, da braucht man Vertrauen dafür. Und das ist super wichtig, dass du das eben verstehst. Und Vertrauen ist nichts anderes als die Abwesenheit von Misstrauen. Und das wiederhole ich nochmal. Vertrauen ist nichts anderes als die Abwesenheit von Misstrauen. Und das bedeutet, dass du ganz einfach in deiner Wahrnehmung, in dieser Welt, wie dich Interessenten, Kunden, Käufer, Verkäufer wahrnehmen, dich einmal selbst beobachten musst. Das heißt, zieh dir mal diese Kundenbrille auf und versuch dich mal selber einzuschätzen. Google dich mal. Schau mal deine Webseite an. Schau mal an, wie du offline oder auch online auf Social Media auftrittst. Ist das alles das, was Interessenten überzeugt? Oder gibt es da Punkte, die vielleicht für Misstrauen sorgen? Gibt es vielleicht irgendein Bild auf deiner Seite, wo die Leute sagen, hey, das Bild gefällt mir nicht, da schaut der so grimmig, der Makler, vielleicht ist er echt unsympathisch, melde ich mich nicht, Misstrauen. Oder gibt es da vielleicht einen Social Media Post, wo du da irgendwie am Strand von Bali mit einer Sektflasche hängst und sagst, okay, der Eigentümer sagt, Misstrauen, der will nur mein Geld, damit er am Bali mit Sekt rumhängen kann? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, dein Ladengeschäft, wenn du da draußen vorbeiläufst, vielleicht ist schon die Farbe abgeblättert und du müsstest mal wieder neu streichen, aber hast einfach keine Lust, das neu zu streichen. Und wenn ein Eigentümer vorbeigeht, würde er sagen, hey, wenn sein Büro so ranzig aussieht, dann wird er auch mit unseren Immobilien nicht gut umgehen. Misstrauen. Also so viele Punkte, die einfach für Misstrauen sorgen. Und ein relevanter, erster wichtiger Ansatz ist einfach, das mal zu prüfen und zu schauen, was sind denn Punkte, die zum Misstrauen sorgen und deswegen die Abwesenheit von Vertrauen darstellen. Und die musst du berichtigen, die musst du lösen, weil nur dann schaffst du es, noch mehr Kunden, noch mehr Käufer, Verkäufer anzuziehen. Und am besten kriegst du das gelöst durch tatsächlich Offline-Marketing. Und deswegen dreht sich in dieser Folge auch alles um Offline-Marketing, weil online kann man relativ schnell und easy kontrollieren. Man kann von heute auf morgen ein Bild auf Social Media austauschen. Man kann von heute auf morgen die Webseite kontrollieren und optimieren. Man kann auch den Werbeansatz Facebook, Google und Co. relativ schnell ändern. Also die Zyklen, die Optimierungszyklen gerade in der Online-Welt sind super schnell machbar. Aber Offline, wenn du einmal 1000 Flyer-Umlauf hast, dann kriegst du sie nicht mehr aus den Briefkästen rausgezogen. Wenn du einmal an Plakaten klebst, mit einem etwas vollen Flytreich präsent bist, eine Postkartenaktion gemacht hast, dann geht das nicht mehr so schnell, dass du das eben revidierst. Aber es ist super, super wichtig, dass du das eben richtig machst. Und deswegen sage ich dir eines, on Offline-Marketing diese Flyer, Postkarten-Geschichten zu machen, das sind super relevant. Sie schaffen omnipräsent, sie schaffen eine Außenwirkung. Und du sollst es definitiv machen. Die Frage ist nur, wann solltest du es machen und wie solltest du es machen? Die beiden Dinge klären wir. Einmal, wann solltest du es machen? Also, Offline-Marketing ist immer ein sehr, sehr hoher Streuungsaufwand. Das heißt, wenn du Flyer verschickst, Postkarten verschickst, dann hat das eine extrem krasse Streuung. Also du kannst ja nicht konkret Personen nur eine Postkarte im Briefkasten stecken, die auch verkaufen oder kaufen wollen. Du wirst dabei einen relativ hohen Schwund haben an Personen, die jetzt einfach gar nicht interessiert. Und deswegen ist natürlich, so gesehen, die Messbarkeit dieser Marketing-Methode eher geringer im Vergleich zur Online-Werbung. Bedeutet, ich empfehle dir immer erst einmal im ersten Schritt, dass du deine Online-Werbung richtig machst, um einfach skalierfähiger zu sein, anpassbarer zu sein und auch, wie gesagt, Fehler, die vielleicht für Misstrauen sorgen, eher zu korrigieren. Und wenn du das einmal gelöst hast und hier ein passendes Fließband hast, wo dauerhaft Kauf- oder Verkaufsanfragen kommen, dann kannst du Offline-Marketing hinzunehmen, um jetzt deine Präsenz noch größer zu machen, um jetzt noch omnipräsenter zu sein. Und das ist, wie gesagt, dann der Ansatz dahinter. Das heißt, du bist online sichtbar und willst einfach jetzt noch mehr Berührungspunkte in deiner Zielgruppe. Das heißt, du streust Flyer, Plakate, Postkarten, was auch immer, in deiner Zielregion. Das geht dann schon und das funktioniert dann eben auch. Das heißt, das ist einmal das Wann. Jetzt natürlich das Wie. Und das Wie ist super wichtig, dass du das richtig machst, um eben nicht, wie gesagt, das habe ich am Anfang ganz klar gesagt, in diesen Misstrauensstrudel zu kommen. Das, und das ist sehr wichtig, das, was online funktioniert, wie deine Webseite aussieht, wie deine Online-Werbung aussieht, wie deine Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und Co. aussehen, die sind ja soweit funktionierend. Sonst würdest du nicht den nächsten Step in die Offline-Werbung gehen. Also, wenn alles, was du online hast, funktioniert, du Online-Leads gewinnst, du Online-Vertrauen aufbaust, dann weißt du schon mal, okay, das funktioniert, meine Zielgruppe findet es gut, was ich da so mache online. Und jetzt ist es sehr wichtig, dass du in deinen Offline-Marketing-Aktionen eins zu eins die gleichen Welten nutzt. Mit Welten meine ich die eins zu eins die gleichen Bilderwelten, Farbwelten, Textwelten. Das heißt, dass du das, was du online ausdrücken möchtest, was du zeigst, in verschiedenen Postings, Webseiten, Texten, grafischen Gestaltungen, genauso eben auch in deiner Offline-Welt, das heißt auf Flyer, Plakate projizierst. Weil dann wirst du eine Gleichheit hinbekommen, Personen, die dich online sehen und offline sehen, werden gleich wahrnehmen und denken, hey, das ist echt eine Person, das ist das gleiche Unternehmen, das passt. Und du weißt auch ganz genau, das, was ja online schon funktioniert hat, wird hier, wie gesagt, auch offline funktionieren. Und das ist relevant, wenn du Offline-Werbung machst, orientiere dich einfach eins zu eins an den funktionierenden Online-Themen, bevor du das machst. Und solange online noch nicht funktioniert, mach keine Offline-Werbung, weil das musst du erst mal hinbekommen. Und das ist super wichtig. Und dann geht es einfach darum, dass du eben da dieses Misstrauen auch völlig beseitigt hast, weil du ganz genau weißt, online hat das funktioniert, dann funktioniert es eben auch offline. Und b, beseitigst du noch mehr Misstrauen, weil du eben jetzt nicht nur online sichtbar bist, sondern auch offline sichtbar bist. So, das mal dazu. Ein bisschen komplexer, aber ich fasse es nochmal zusammen. Offline-Werbung funktioniert auch im 2023 ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Wichtig ist nur, bevor du Offline-Werbung machst, solltest du Online-Werbung machen. Online jedes Misstrauen beseitigen, dass die Leute dir wirklich vertrauen und dann einfach deine Online-Welt in die Offline-Welt zu projizieren, um dann noch mehr Präsenz zu machen. Und wenn du sagst, das ist ein relevanter Ansatz für dich, du möchtest gerne mehr Offline-Marketing machen, das vielleicht auch andocken an passende anderen Konzepte, die du schon fährst, dann können wir dich hierbei unterstützen. Schau gerne mal auf starta-marketing.com, da kannst du dir ein kostenfreies Beratungsgespräch sichern und dann können wir uns hier mal gemeinsam unterhalten und einen passenden Plan für dich definieren.